Seit diesem Jahr ist Gras in Deutschland legal. Also ein bisschen vielleicht? So richtig blicke ich bisher nicht durch. Denn während in Bayern noch nicht einmal Lizenzen zum Anbau von Cannabis vergeben wurden, kann in Niedersachsen bereits die erste Grasernte eingefahren werden. Gelten hier etwa unterschiedliche Regeln? Wo bleibt das legale, saubere Gras für alle? Darum geht es heute. Ich bin Basti Maas und das ist Shortcut. Als Gast begrüße ich heute Hubert Gude. Hallo. Hi, du bist Spiegel-Redakteur mit einem Fokus auf innere Sicherheit. Und du hast vor uns eine besondere Recherche gemacht. Und da frage ich dich zuerst mal, wie riecht es auf einer Grasfarm? Süßlich, herb, wie Cannabisblüten riechen, wie man es vielleicht auch kennt von den Straßen. Der Grund, dass du das weißt, ist, dass du auf einer Cannabis-Farm für uns gewesen bist, auf der jetzt bald die erste Ernte eingefahren wird. Und ich als Landkind verbinde den Herbst und den Oktober sowieso mit Erntedank, aber halt bisher nicht mit einer Cannabis-Ernte. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie das auf so einem Cannabis-Hof abläuft? Was ist das für ein Ort? Ja, das war ein Resthof, so ein alter Bauernhof zwischen Hannover und Bremen. Den genauen Ort durften wir nicht schreiben. Das mussten wir vorher auch schriftlich erklären. Schließlich geht es ja auch um viel Cannabis, um einen hohen Wert. Insgesamt 750.000 Euro ist so die Jahresproduktion wert. Das war ganz interessant. Also das ging dann, von außen sieht man gar nichts, sieht aus wie irgendwelche Gebäude mit einem Wohnhaus davor. Wir sind dann durch das Wohnhaus in die Stallung und da gab es dann eine Stahltür. Und die führte dann auf jeden Fall in so eine ganz andere Welt. Mit weißen Leichtbauwänden, mit sauber aufgereihten Cannabispflanzen, LED-Leuchten, Mikroskop stand da rum. Also alles hochprofessionell. Und also keine einzige der Pflanzen hatte irgendwelche gelben oder braunen Blätter oder sowas. Sondern das war wirklich auch die Düngung und die Befeuchtung. Das war alles perfekt organisiert, würde ich sagen. Das war jedenfalls der Eindruck, ja. Stark, also sehr Hightech alles. Ja, schon Hightech. Und die Sorten, das waren schillernde Namen zum Teil. Crystal, Kusch, die stärkste Sorte ist Girl Scout Cookies. Die hatte bis zu 25% THC, das ist der Wirkstoff. Dann gab es noch White Widow und Euphoria. Euphoria ist eine Pflanze für so die jüngeren Mitglieder in dem Social Club. Zwischen 18 und 21, so sieht es der Gesetzgeber vor, die sollen besonders geschützt sein und dürfen darum keinen Cannabis erhalten, der mehr als 10% erhält. Und dieses Euphoria, der Name ist ein bisschen merkwürdig, weil so euphorisch wird das dann vielleicht nicht sein. enthält zwischen 9 und 10%. Und wenn du schon dieses Hightech-System dort beschreibst und auch sagst, dass ihr nicht genau sagen dürft, wo eigentlich dieser Hof liegt. Ich stelle mir vor, dass die wahrscheinlich auch erhöhte Sicherheitsbedingungen haben da. Und zumindest also stärkere Sicherheitsbedingungen als jetzt der übliche Kartoffelbauer. Wie genau sieht das da aus? Die haben da Videokameras hängen, dann gab es Bewegungsmelder, Alarmanlage, Stahltür. Die Hallen sind von außen nicht einsehbar. Also schon mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, was sicherlich auch mit dem Wert der Ernte da zu tun hat. Die wollen demnächst mehr anbauen, weil die jetzt schon absehen können, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird für die Mitglieder. Die wollen dann über 100 Kilo anbauen, haben einen Antrag gestellt auf 120 Kilo. Und das wäre dann Cannabis im Wert von 1,2 Millionen Euro. Das ist schon viel Geld auch. Wir reden jetzt hier viel über Grammzahlen, 25 Gramm, 50 Gramm. Um das so ein bisschen in Relation zu setzen. Der MDR geht in Annäherungsrechnungen davon aus, dass man pro Joint ungefähr 0,2 bis 0,4 Gramm Cannabis benötigt. Das bedeutet, bei 25 Gramm, die man sich in seinem Club abholen würde, könnte man sich bis zu 125 Joints bauen. Das klingt relativ viel erstmal für mich, vor allem wenn man das pro Monat sieht. Wie viele Menschen sollen denn eigentlich jetzt in diesen Genuss kommen? Und wie viele Menschen sollen jetzt vom Cannabis-Club, den du besucht hast, versorgt werden? Ja, das ist der Cannabis-Social-Club Ganderke See. Und der hat 499 Mitglieder, maximal möglich sind 500. Und das ist gesetzlich alles ganz präzise geregelt. Die dürfen sich bis zu 50 Gramm Cannabis abholen im Monat. Die müssen das auch persönlich abholen. Die müssen dann in die Geschäftsstelle des Clubs nach Ganderke See kommen. Und das ist ein eingetragener Verein. Und dann erhalten die maximal 25 Gramm am Tag und bis zu 50 Gramm im Monat. Was allerdings auch ein bisschen viel ist, finde ich. Also das ist 50 Gramm, das ist schon echt eine Menge Cannabis. Ja, das klingt tatsächlich nach ganz schön viel. Was mich jetzt erstmal ein bisschen verwundert hat, ist, Ganderke See habe ich noch nie so gehört. Und ich glaube, ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, warum dieser Ort jetzt offenbar die Metropole oder die Speerspitze im Cannabis-Anbau in Deutschland sein wird. Ja, die waren einfach die schnellsten. Ganderke See liegt westlich von Bremen. Und die hatten das alles vorbereitet schon. Ab dem 1. April war es ja schon legal, Stecklinge vorzuzüchten, Samen zu erwerben. Und dann haben die sofort am 1. Juli den Antrag eingereicht. Und in Niedersachsen, da gibt es eine grüne Landwirtschaftsministerin, Miriam Staute. Und die ist dem sehr wohlgesonnen. Und die hat sogar bei der Übergabe der Lizenz, die kam schon nach einer Woche, da kam schon die erste Lizenz. Und die ist dann direkt hingefahren, hat die übergeben in so einem feierlichen Akt. Und hat den Präsidenten der Landwirtschaftskammer mitgebracht, der dafür zuständig war. Und die Leute in Ganderke See, die fühlen sich wirklich wie so Pioniere im Cannabis-Anbau. Weil sie die Ersten sein wollten, die das legal in Deutschland dann machen. Du hattest auch die Zahlen dazu recherchiert. Und ihr habt herausgefunden, Stichtag 10. Oktober hatten 361 Vereine eine Anbaulizenz beantragt, bundesweit. Und nur 29 haben tatsächlich auch die Lizenz erhalten. Und die Hälfte davon lag in Niedersachsen. Wie kann das sein, dass in Niedersachsen das so schnell geht? Und in anderen Ländern, zum Beispiel in Bayern oder in Hamburg, sind jetzt noch gar keine Lizenzen ausgegeben worden. Warum? Ja, ich glaube, das hat im Wesentlichen einen politischen Hintergrund. Wenn ich jemanden habe wie die Miriam Staute in Niedersachsen und die möchte das vorantreiben, weil sie glaubt, das führt zu einer Entkriminalisierung der Szene, dann kann ich die Anträge ja relativ schnell auch durchwinken. Die werden schon geprüft, da wird auch geguckt. Das muss auch sauber über die Bühne gehen, ob da die Abstände zu Kindergärten, Schulen, Spielplätzen, ob das eingehalten wird, ist da ganz offensichtlich der Fall. Das sieht man schon, wenn man da langfährt, der ist abgelegen, der Hof. Aber wenn ich jetzt auf der anderen Seite so ein Land sehe wie Bayern, die sagen, das ganze Gesetz ist totaler Humbug und wir werden das auf jeden Fall zurückdrehen, dann sagt Friedrich Merz, CDU-Chef, nach der Bundestagswahl, sollte die CDU die Bundestagswahl gewinnen, gibt es die ganz klare Aussage, das wird zurückgedreht. Das heißt, dann habe ich schon auch Möglichkeiten, das Verfahren zu verzögern. In Bayern ist noch kein einziger Anbauklub genehmigt worden. Mal sind die Unterlagen nicht vollständig, dann muss es einen Vor-Ort-Termin geben vielleicht. Vielleicht wie genau die Bayern begründen, warum da noch nichts genehmigt wurde, das kann ich gar nicht mal sagen, aber da gibt es schon Möglichkeiten. Das heißt, man zieht irgendwie schon alle Register, um es so zu verzögern, wenn man das möchte. Für mich persönlich klingt es schon irgendwie ungerecht, denn es ist ja ein Bundesgesetz und die Länder scheinen sich aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten irgendwie zu weigern, das umzusetzen. Können denn die Clubs auch dagegen klagen, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen oder wenn sie das Gefühl haben, dass hier die Länder sich nicht ans Bundesgesetz halten? Ja, ich glaube, auf Dauer ist es schwierig, das Gesetz nicht umzusetzen, also das dann durch die Hintertür zu verhindern. Das ist auch das, was dann droht, aber selbst der Klageweg, der dauert dann ja auch wieder relativ lang. Also so die Möglichkeiten sind halt zu sagen, wir gucken da ganz genau hin, sind die Unterlagen vollständig oder müssen wir da nochmal ein bisschen genauer hingucken, was ist mit den Vor-Ort-Terminen oder was ist mit dem THC-Gehalt, müssen die Pflanzen vorher nochmal untersucht werden. Es gibt ein Bundesland, das prüft sogar den Feuchtigkeitsgehalt der Cannabispflanzen. Zumindest ist das angekündigt worden, um sicherzustellen, dass es da nicht zu Schimmelbildung kommen kann. Also man kann sich da alle möglichen Hürden einfallen lassen. Am Ende sind die Bundesländer verpflichtet, Bundesgesetze umzusetzen. Und ja, ob das jetzt fair ist, wie da mit denen umgegangen wird, mit den Anbauern, ja, die Frage ist sicherlich berechtigt. Am Ende wird es wirklich dann den Klageweg geben, aber das dauert dann ja auch wieder durch die Instanzen Monate. Und die Auflagen sind ja auch jetzt schon nicht ohne, also selbst in den Ländern, wo bereits angebaut und geerntet werden kann jetzt ab dieser Woche. Die Social Clubs müssen sich ja zum Beispiel, also du hast schon die Entfernung zu Schulen und zu Kindergärten und zu Spielplätzen angesprochen, aber insgesamt auch, wie der Anbau abläuft, wie professionell das alles ist, wie viel Technik da angeschafft wurde. Und dann auch sowas wie die Organisation der Ausgabe, dass es da tatsächlich einen festen Ort geben muss, zu dem die Mitglieder hinfahren können, bei nur 500 Mitgliedern pro Verein. Das hört sich für mich alles nicht so richtig wirtschaftlich an. Also funktioniert das denn überhaupt für die? Ja, wirtschaftlich ist das nicht. Die dürfen ja auch keine Gewinne mit dem Gras erzielen. Und die Leute machen das ehrenamtlich. Das sind keine festangestellten Mitarbeiter, die da die Pflanzen pflegen oder so. Das ist auch alles vom Gesetz definiert. Dann muss es da Präventionsbeauftragte geben. Es muss Schulung geben für die Leute, die den Anbau machen. Es gibt Kooperationen mit Drogenberatungsstellen. Wurde mir da gesagt, erst mal ist es, glaube ich, sehr viel Idealismus. Und dann geht es darum, die Leute in den Vereinen dann legal mit Drogen zu versorgen. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Also der Vereinsvorsitzende Daniel Keune sagte mir, dass die Mitglieder aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Das sind oft Leute mit Jobs, mit Familien, die einfach keine Lust mehr haben, irgendwo zu so einem schmuddeligen Bahnhof zu fahren. Oder hier in Hamburg an die Hafenstraßentreppe, um da dann illegal irgendwie Gras zu kaufen, was dann noch dazu vielleicht versetzt ist mit Cannabinoiden oder mit irgendwelchen anderen Zeugs. Die wollen raus aus der Schmuddelecke und dann in die legale Welt. Aber Sie bezahlen nach wie vor, wenn Sie Mitglied in diesem Club sind, die Grammpreise und die Mitgliedspreise? Oder wie genau sieht das Kostenmodell da aus? Ja, das Gras kostet je nach Sorte zwischen 5,60 Euro und 12 Euro, heißt es da in dem Verein. Programm dann? Programm, ja. Und die Vergabe ist so organisiert, wenn ich jetzt Vereinsmitglied werden würde und ich zahle vorab eine größere Summe oder lege einen Dauerauftrag fest, dann gibt es Rabatte. Insgesamt bis zu 20 Prozent, glaube ich. Und das macht dann schon eine Menge aus. Aber Sie müssen dann auch relativ große Mengen abnehmen am Anfang, damit dieser Verein die ganzen Investitionen irgendwie wieder reinkriegt, oder? Also du hattest da auch gerade eben schon von 50 Gramm gesprochen pro Monat. Muss man das am Anfang wirklich nehmen? Die haben in dem Verein natürlich ein Interesse daran, dass das Geld reinkommt auf das Vereinskonto und darüber sind dann die Rabatte geregelt, dass die Leute dann Nachlässe bekommen bei den Grammpreisen. Mir wurde dann gesagt, das reicht auch, wenn jemand zum Beispiel einmal 500 Euro überweist und dann seine Menge bestellt und dann in dem Jahr gar nichts mehr bestellt. Also weil es dann erstmal reicht. Das ist nicht so, dass jemand dann gezwungen ist, da größere Mengen abzunehmen. Die sagten auch, das ist eher realistisch, dass die Leute weniger abholen in der Geschäftsstelle und dann ab und zu mal wiederkommen und nach und nach dann sich einpendelt, wer von den Vereinsmitgliedern überhaupt welche Mengen da konsumiert. Und die haben mir auch gesagt, wenn jemand auffällt, also weil er dann offensichtlich Schwierigkeiten hat, drogenabhängig ist oder psychische Probleme hat oder sowas, dann würden die auch eine Beratung anbieten. 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm pro Monat. Als Student wäre ich selbst, und das gebe ich zu, wahrscheinlich nicht so verantwortungsbewusst damit umgegangen, wenn ich 50 Gramm zu Hause gehabt hätte. Was denkt ihr? Wie viel Gras ist zu viel Gras? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und wir wollen hier jetzt mal darüber reden, warum das Cannabis-Gesetz, selbst von denen, die pro Legalisierung sind, immer noch kritisiert wird. Hubert, ein Punkt in dieser ganzen Legalisierungsdebatte war ja das Bekämpfen der organisierten Kriminalität. Und der Gedanke ergibt schon irgendwie Sinn für mich, dass, wenn man sein Geld nicht beim Drogendealer lässt, sondern vielleicht sogar versteuert, das bei offiziellen Stellen kauft und der Staat da das kontrollieren kann, dass man damit dann nicht die Mafia stärkt. Ist es nicht an der Zeit, dass wir den Schwarzmarkt bekämpfen, der all diese Probleme versucht auszuweiten? Der Schwarzmarkt, der immer lukrativer wird, der mit Cannabis beginnt, über Kokain dann geht, demnächst Crack und auch Fentanyl bringt, müssen wir nicht die Gesellschaft stärker schützen vor einem Schwarzmarkt, gegen den wir derzeit überhaupt keine wirkliche Abschottung gefunden haben? Die Grundidee kann ich gut verstehen. Aber wenn wir zum Beispiel mal in die Niederlande gucken, wo sich organisierte Banden diese teillegalisierte Cannabis-Wirtschaft in dem Land unter den Nagel gerissen haben, ist das was, was uns in Deutschland jetzt auch drohen kann? Das ist schwer zu sagen. Die Idee ist natürlich, dass man den Schwarzmarkt damit austrocknet. Es gibt allerdings auch große Zweifel daran, ob das überhaupt auch nur ansatzweise realistisch ist. Selbst in Niedersachsen, da gibt es dann ja die grüne Landwirtschaftsministerin, die das befürwortet im Innenressort dort. Die Daniela Behrens, die Innenministerin, die ist da viel, viel kritischer. Die sagt, das ganze Gesetz ist eine komplette Fehlkonstruktion. Die argumentiert, dass über die Clubs nur ein Bruchteil des Konsums abgedeckt wird. Die Legalisierung aber den Schwarzmarkt nicht austrocknet, sondern eher dem Ganzen noch so einen Push gibt und dass der Schwarzmarkt eher noch explodiert. Das sind natürlich Sorgen, die auch berechtigt sind. Deswegen ist das Cannabis-Gesetz auch umstritten. Und wir haben gesehen, jetzt in Köln zum Beispiel, da gab es ja auch schon so gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Mokromafia, die dann aus den Niedersandländen nach Deutschland schon übergeschwappt sind, die zu uns kommen mit den massiven Problemen auch, die das mit sich bringt. Die Innenministerin in Niedersachsen ist gar nicht grundsätzlich gegen eine Legalisierung. Die Regierung, die würde halt eher befürworten, dass es ganz legale, lizenzierte Abgabestellen gibt, wie das ursprünglich auch im Koalitionsvertrag erwogen wurde. Und dort dann gewisse Mengen abgegeben werden können, also in Apotheken zum Beispiel und so weiter. Aber der Weg, der ist jetzt nicht eingeschlagen worden. Was nach wie vor eigentlich sehr schwer möglich ist, Menschen, die einen sehr geringen Konsum pflegen möchten und die vielleicht einfach nur einmal die Woche, abends einmal oder vielleicht sogar noch seltener einen Joint rauchen möchten, wo bekommen die denn zukünftig ihr Gras her? Müssen die auch in den Club eintreten? Und ist es überhaupt möglich, bei den großen Mengen so einen kleinen Konsum zu pflegen? Bei der derzeitigen Gesetzeslage ist das der einzige Weg in Deutschland legal Cannabis zu kaufen. Dass das, wer jetzt in einem Club Mitglied ist und das wurde mir da auch ausdrücklich erzählt und erklärt und versichert, dass wirklich viele Leute in dem Verein, dass das keine Hardcore-Kiffer sind, sondern dass die wirklich eher wenig rauchen und dass die gar nicht, nicht mal diese 25 Gramm wirklich da abholen. Und wenn die 25 Gramm abholen, dann auch länger nicht wiederkommen werden. Also das ist wirklich so wie die Leute selber, die ich da getroffen habe. Da haben ja Leute auch in diesen laborähnlichen Anbauhallen da gearbeitet. Die sagten alle, ja, wir kiffen ab und zu abends und sind jetzt nicht die Heavy-User. Jedenfalls hat mir da keiner begegnet. Irre. Total irre. Also das ist... Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt heute und ich halte mal ein paar Punkte fest, die ich von heute mitnehme. Wenn ich Cannabis legal beziehen möchte, dann sollte ich nach Niedersachsen und nicht nach Bayern ziehen. Das Cannabis-Gesetz hilft in seiner jetzigen Form leider nicht wirklich gegen organisierte Kriminalität. Zumindest sagen das viele Kritiker. Und wenn ich einem Social Club beitrete, dann kann es sein, dass ich sehr viel Gras nehmen muss und nicht weiß, wohin damit. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gern. Etwa bei YouTube oder beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Vielen Dank, Hubert, für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank euch fürs Dabeisein. Denkt immer dran, don't smoke and drive. Und bis zum nächsten Mal.